Wahre Multitalente für jede Lebenslage, von der einfachen Reparatur bis hin zur Profi-Anwendung. Die Multimeter aus dem Konrad Sortiment bieten von der Einsteiger bis zur Oberklasse für jede Anforderung das passende Gerät. Die Einsteigerklasse ist ideal für alle Standardmessaufgaben im Haushalt, wie das Überprüfen von Batterien geeignet. Durch ihre ultrakompakten Abmessungen finden sie nahezu überall Platz. Weitere Funktionen bieten die Modelle der gehobenen Einsteigerklasse. Diese ermöglicht Messungen an drei Phasennetzen und auch eine True-RMS-Messfunktion für den Einsatz im Leistungselektronikbereich. Mit umfangreichen Zusatzmessfunktionen sind die Geräte der Mittelklasse ausgestattet. Sie decken einen großen Teil der Messfunktionen ab. Sie bieten dem Anwender mit der Messbuchsenanzeige eine optische Hilfestellung. Außerdem bieten sie mit einer speziellen Gerätekonstruktion eine erhöhte Sicherheit, da ein Batterie- und Sicherungswechsel nur mit abgezogenen Messleitungen möglich ist. Bestens für professionelle Anwendungen eignen sich die Geräte der Oberklasse. Diese Geräte bieten dank der vielen Zusatzfunktionen einen erhöhten Messkomfort und zeichnen sich durch eine hohe Genauigkeit aus. Die VC800-Serie verfügt beispielsweise über eine optisch isolierte Schnittstelle, mit der die gemessenen Daten an den Computer übertragen werden können. Mit der kostenlosen mitgelieferten Software können Sie diese auch direkt auswerten. Das VC890 verfügt darüber hinaus über ein selbstleuchtendes OLED-Display, das Ihnen das Ablesen der Daten erleichtert. Für jede Anwendung das passende Gerät. Mit den Multimetern von Konrad sind Sie für alle Messaufgaben gerüstet.